Grüezi miteinander! Ich glaube, ich soll die Sprachimitationsversuche gleich mal bleiben lassen, um mir nicht direkt alle Sympathien zu verspielen. Nichtsdestotrotz willkommen bei der School of Random. Heute geht's um die Neutralität der Schweiz, also nicht lange Fackeln und rein ins Geschehen. Wir tauchen ein ins Jahr 1515. Einige Gliedstaaten der schweizerischen Eidgenossenschaft hatten gerade die Schlacht von Marignano gegen Frankreich verloren und beschlossen daraufhin, sich aus militärischen Streitigkeiten in Europa fernzuhalten. Als Beginn der Neutralität kann man das aber auch nicht sehen, da in der Schlacht nicht mal alle Kantone beteiligt waren und die Eidgenossenschaft noch keine einheitliche Nation darstellte. Und so hielt sich die Schweiz auch viele Jahre aus diesen Angelegenheiten raus. Nicht unbedingt wegen Neutralität, sondern um keine Konflikte mit klar überlegenen Gegnern zu beginnen. Im Westfälischen Frieden, der den 30-jährigen Krieg beendete, wurden sie offiziell vom Heiligen Römischen Reich unabhängig gesprochen, obwohl sie das de facto eh schon seit 1499 waren. Außerdem war es ab jetzt anderen Ländern nicht erlaubt, einfach so durch schweizerische Territorium zu laufen. 1798 wurde die Schweiz von Frankreich besetzt und die Schweizer wurden zur Helvetischen Republik, einem Staat im Stile Frankreichs, zusammengefasst. Damit waren einige Einheimische nicht zufrieden und es kam zu andauernden Unruhen, sodass Napoleon das alles wieder rückgängig machen musste. Die Franzosen wandelten die Schweiz in einen Vassalenstaat um und konnten jederzeit in innere Schweizer Angelegenheiten eingreifen. Da Napoleon schon einige Jahre später im Krieg besiegt wurde, hatten die Siegermächte alle andere Pläne mit der Schweiz am Wiener Kongress 1815. Preußen wollte die Schweiz in den Deutschen Bund eingliedern, Österreich wollte die Schweiz als Pufferzone zwischen ihn und Frankreich. Schweizer Abgeordnete nahmen auch am Kongress teil und hatten fast schon abenteuerliche Forderungen in Sachen territorialen Zugewinn und Vergrößerung ihrer eigenen Grenzen. Um einen Konflikt zu vermeiden, vermittelte Alexander I., Kaiser von Russland und die Siegermächte stimmten alle zu, dass die schweizerische Eidgenossenschaft neutral sein musste und keine Truppen ins Ausland schicken sollte. Im Gegenzug wurde der Schweiz garantiert, ihre im Vertrag festgelegten Grenzen und ihre Unabhängigkeit zu respektieren. Der Wiener Kongress stellt also sozusagen eine Art Geburtsstunde der Schweizer Neutralität dar. Der Sonderbundeskrieg kam circa 30 Jahre später und war ein Bürgerkrieg zwischen einzelnen Kantonen, also sowas wie Bundesländer in der Schweiz. Es war außerdem die letzte militärische Auseinandersetzung auf Schweizer Boden. Als Ergebnis dieses Krieges wurde die Schweiz als Bundesstaat geeint. Im Ersten Weltkrieg wurde die Neutralität des Landes auf die Probe gestellt, als Frankreich durchmarschieren wollte, was aber durch die Erhöhung der Anzahl an Schweizer Soldaten an der Grenze verhindert wurde. Der Krieg stellte die Schweiz dennoch vor eine schwierige innenpolitische Lage, weil es geteilte Meinungen innerhalb der Bevölkerung zu den Kriegsparteien gab. Auch im Zweiten Weltkrieg war die Schweiz nicht vom Blitzkrieg des Dritten Reichs in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Schweiz beharrte auf ihrer Neutralität, musste aber mit Lebensmittelknappheit, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen kämpfen. Seither wurde die Schweizer Neutralität auch nicht mehr auf die Probe gestellt. Jedoch beteiligte sich die Schweiz nun auch vor kurzem an den Sanktionen an Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs in 2022. Mit der Begründung des Bundespräsidenten, dass es nicht neutral sei, einem Aggressor in die Hände zu spielen. Das war's zur Schweizer Neutralität. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Unterstützt mich gerne mit einem Abo. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder in der School of Random mit am Start seid. Bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig.